So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder zu einem Video zu Escape from Tarkov und zwar geht es um ein spannendes Thema. Es geht um die Pläne für 2009, also was alles geplant ist im Jahre 2019, nicht 9. 9 wäre ein bisschen schief, aber könnte 9 sein, weil es schon eigentlich längst fertig sein sollte. Jörg ist auch wieder mit am Start. Grüß euch. Und es ist relativ früh, aber wir fangen jetzt mal an mit dem Video. Wir werden wieder auf die Sachen, was uns wichtig erscheint, eingehen, auf die anderen nicht so. Wir werden den Link zu der deutschen Beschreibung vom Cyber, vielen Dank nochmal an ihn für die Übersetzung, in die Videobeschreibung reinpacken. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ihr davon haltet und worauf ihr euch besonders freut. So, dann starten wir mal. 2080 neigt sich dem Ende und der Weg geht weiter, das ist schon mal gut. So, das nächste Update, Fehlerbehebung und Optimierung, immer gut und wichtig. Ähm, ja, gehen wir jetzt nicht groß drauf ein, überall verversen Soundpositioning. Ja, ist halt auch mal gut, weil öfters haben wir mal Situationen, wo du denkst, ja, Sound kommt von dort, Sound kommt von dort, aber kommt irgendwie nicht so. Das sind halt so typische Probleme. Freezes und Ruckler werden verringert. Okay, ja, das klingt immer so einfach so, die werden halt verringert. Aber, ja, ich kenne mich da auch nicht so gut aus in der ganzen Materie, aber das hört sich jetzt so, wir verringern das halt mal. Das klingt ein bisschen witzig irgendwie. Ja, weil das Spektrum wahrscheinlich recht groß ist in der Form, wo die Freezes und Ruckler auftreten. Und deswegen ist das jetzt hier, wenn ich vermutlich mal einfach sehr allgemein geschrieben bin. Ja, ja, gut, die müssen sich auch allgemein halten. Die können jetzt nicht sagen, sie fixen das oder sie fixen das, genau. Und die müssen es halt, ja, die arbeiten halt dran, das zu verbessern am Endeffekt. Ja, auch noch der nächste Punkt mit den Optimierungen der Optiken, Bild und Bild, wo es immer wieder quasi zu Rucklern kommt, wenn man quasi in den Zoom-Modus von der Waffe wechselt, sag ich mal. Natürlich genauso wie Vekretation und natürlich im letzten Endeffekt ist natürlich Rahmen-Nutzung ein wichtiger Punkt. Ja, da hat auch, der Chris hat auch schon, der nutzt so ein Tool, was dir regelmäßig den RAM wieder leert. Also wenn ihr mit dem RAM Probleme habt und der ballert euch das voll, probiert mal so ein Programm. Soll wohl echt gut helfen. Er hat ja ganz gute Erfahrungen wohl jetzt gemacht, wie er meint. Dass ich doch schon teilweise ein bisschen dieses, ja, diese Nachladeruckler dann im Endeffekt. Stimmt das so richtig? Ja, auf jeden Fall hat es sich wohl ein bisschen verbessert. Also wenn ihr RAM Probleme habt, schreibt es in die Kommentare, dann frage ich ihn mal, wie das Programm heißt. Balance Tweaks, Waffenmode-Balancing, Einpassung von Ausrüstung-Parametern. Gut, das wird es immer geben, das ist immer, in jedem Spiel ist ein Thema, Balancing. Quality of Life. Ja, Balancing, immer neues Zeug natürlich auch dazu kommt. Ja, klar. Was ist Quality of Life? Verschiedene Quality of Life-Verbesserung. Also wahrscheinlich einfach allgemeine Sachen, die es spielen, verbessern. Wenn wir irgendwas natürlich falsch sagen oder ihr wisst es besser, schreibt es natürlich auch in die Kommentare. Berichtigt uns. Wir freuen uns auch mal drauf. Ja, hier weitere Fehlerbehebung, das ist halt einfach so. Das ist so 0815, das gehört dazu. Gehen wir weiter. Weitere wichtige, die wir nicht rechtzeitig für 011 fertig bekommen, aber sobald wie möglich nachrechnen werden. Okay, also das sind jetzt längerfristigere Sachen. Anpassung der Kleidung eurer Charakters, finde ich mega nice. Also, dass man wirklich dann den Charakter mal so individualisieren kann. Key Cards im Labor und anderen Locations. Dann kommen quasi so Checkkarten als Schlüssel dazu. Ja, ist okay. Da haben wir neue Exfiltrationstypen auf den aktuellen Karten. Also werden wir jetzt bei dem Labor die verschiedenen Möglichkeiten zu extrahieren quasi auf alte, auf die alten Maps quasi überspielt. Bin ich auch mal gespannt. SVD-Gewehr. Okay, mega geil. Russisches Scharfschützengewehr. Neuer Händler, Jäger, möglicherweise wird er verloren gegangen, Versicherungsgegenstände ab einem gewissen Loyalty Level verkaufen. Jetzt ist die Frage, kriegst du da Versicherungssachen, die du selber versichert hast oder Versicherungssachen, die jeder auf der Karte verloren hat? Das wäre natürlich krass. Ja, das könnte ja sein, dass du quasi das, was du verloren hast und versichert hast, dass der das quasi vor dem Brapper kriegt, was ziemlich geirig wäre, weil du es dann nicht umsonst kriegst, sondern du musst es bei dem kaufen. Aber ja gut, bei besonders wertvollen Sachen ist es mit Sicherheit trotzdem doch lohnend. Oder eben wirklich die Option auf alle Sachen, was der gefunden hat, von anderen Spielern auch. Das wäre natürlich auch wahrscheinlich so sinnvoller, ja. Ja, muss man mal abwarten, bis es immer im Top wird. Feldchirurgie-Kit, ja, halt Medi-Kit, um wahrscheinlich dein Bein zusammen zu flicken oder ich weiß es nicht, ob man dann wirklich den Arm vielleicht sogar wieder kriegt durch eine längere Operation quasi. Ja, sehen wir mal. Wäre schön, wenn es sowas vielleicht geben würde, dass dann vielleicht auch quasi schwarz gewordene Körperteile, also die du eigentlich verloren hast, vielleicht doch wieder irgendwie zurückholen kannst, sag ich mal in Anführungsstrichen. Natürlich mit der Einschränkung, dass sowas vielleicht dann auch natürlich etwas länger dauert oder so. Aber gut, kann man jetzt auch nur drüber spekulieren, was das tatsächlich zu bedeuten hat. Neue Third-Person-Charakter-Animation und Optimierung. Anmerkung von mir, damit sind die Animationen gemeint, wie es in andere Spiele gesehen werden. Es geht nicht um eine Third-Person-Kamera. Wo ich das als erstes gelesen habe, habe ich richtig Schiss gehabt. Ich habe gedacht, wenn Escape from Targoth eine Third-Person an sich bekommt, dann kam es komplett an die Wand gefahren. Also das wäre zu krass. Zum Glück kommt es nicht. Ja. Neues Anti-Aliasing. Ja, kann nur besser werden. Ja, das aktuelle Anti-Aliasing. Also ich erkannt schon Klettung Anti-Aliasing. Das ist ja teilweise eine Katastrophe in dem Game. Ja. Das seht ihr ja selber und das macht es auch teilweise für die Augen. Mega anstrengend, ja. Richtig anstrengend, wenn du da durch irgendwelche Wälder läufst. Und Gegner sowieso schon überall auftauchen können. Und dann hast du dieses Kantenflimmern überall, was richtig hässlich ist. Und ja, es kann nur besser werden, wie du gerade schon gesagt hast. Waffen-Presets und die Möglichkeit, diese schnell und einfach zusammenzubauen und kaufen zu können, finde ich einerseits cool, weil es halt oftmals, weißt du nicht genau, was du gekauft hast. Dann musst du wieder suchen und es geht schon viel Zeit dazu, wenn du mal abends mit deinen Mates eine Runde zocken willst und musst dir deine Waffe zusammenbauen und musst dich wieder durchfragen und suchen, was du wo bauen musst. Ist nice. Andererseits muss ich sagen, wenn du da wirklich eine Waffen-Preset, so wie du es halt immer spielst, einfach kaufen kannst, geht auch so ein bisschen der ganze Effekt weg in meinen Augen. Dass du eben die Teile zusammensuchen musst und individualisieren kannst, wie du willst, geht, finde ich, da ein bisschen verloren. Von dem her, ja, lachendes und weinendes Auge. Ja, zumal mit diesen ganzen Waffen-Presets, selbst jetzt im Moment, also die Auswahl, was man hat, ist ja schon wirklich enorm und man muss sich ja jetzt schon doch ganz schön damit beschäftigen, um da einigermaßen den Überblick zu behalten. Ja, von dem her ist es vielleicht gut für halt eher, wie sage ich jetzt mal für mich, so Casual-Player, dass es sowas gibt, dass ich eben nicht erst mal eine halbe Stunde lernen muss, wie ich die Waffe zusammenbaue, weil ich es halt nicht weiß. Aber warten wir mal ab, wie es sich dann aussehen wird. Jetzt kommt ein Riesenthema. Patch 0.12. Das müsste ja dann schon der nächste sein nach 0.11 logischerweise. Das Hideout. Der nächste große Patch. Ja, der nächste große, ja, also wahrscheinlich, vermute ich mal so geschätzt, Vierteljahr, bis es dann kommt, ich weiß es nicht. Das weiß ich, das kann man auch noch nicht. Aus Tarkov zu flüchten funktionieren wirklich halt nicht so schnell, wie es aktuell den Anschein hat. Ein Spieler braucht einen Rückzugsort, um sich dort niederzulassen, Stärken zu tanken, die gefundenen Vorräte zu verstören, genauso wie Ausdruck über Waffen mit anderen Worten, um sich auf die eigentliche Aufgabe im Spiel zu konzentrieren. Also das Hideout ist mega nice. Die Art und Weise, wie die das reinbringen, da bringen sie wirklich ein gutes Element mit rein, dass man sich das quasi hoffentlich auch wirklich einrichten kann. Also du musst dir das dann, glaube ich, so Stück für Stück freistellen, freiarbeiten. Du musst schon Materialien sammeln, musst auch Wasser essen und alles da haben, um dich dann zu ernähren quasi nach einem Raid. Bist du geschwächt? Das ist jetzt dann nicht so, dass du, wenn du zerschossen aus dem Raid rauskommst, dass du dann wieder in den nächsten reingehst und gesund bist, sondern du musst dich dann im Hideout quasi wieder hochheilen und reparieren und auskurieren. Das ist auch so ein Punkt, was damit kommen wird. Also du musst dann deine Wunden noch richtig verheilen, dich wahrscheinlich dann noch, keine Ahnung, zum Arzt gehen oder was weiß ich. Und natürlich deine Waffen lagern und Gegenstände. Man muss natürlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, wenn du sagst, nach einem Raid auch mal hochheilen. Ich hätte aber, muss ja, so geil, so wie ich den Hideout feiere, auf jeden Fall, wenn das kommt. Also ich hätte aber ohne gern was, wo mir dann irgendwas vorgesetzt wird, wo ich zerschossen, wie du sagst, aus dem Raid rauskomme und dann auch mal warten muss, bis ich in den nächsten Raid reinkomme. Ich meinte, ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, wo natürlich kacke wäre, aber ich meinte, damals, wo ich das alles gehört habe, war auch das Thema, ich bin jetzt nicht sicher, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder ob das falsch ist, dass man dann mehrere Charakter quasi hat, mehrere Main-Charakter zur Auswahl. Und dann muss der eine sich jetzt quasi wieder hochheilen und muss eben ein Raid aussetzen und dann muss man anderen spielen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich meinte, das in dem Zusammenhang mit dem Hochheilen und alles mal gehört zu haben. Ist aber auch schon länger her, von dem her könnt ihr uns gerne berichtigen. Ansonsten wäre das natürlich ein mega Einwand, wenn man jetzt dann zum Beispiel zeitlich eingeschränkt ist und nach einem Raid eben eine halbe Stunde nicht mehr rein kann. Das wäre natürlich auch eher kontraproduktiv. Aber es kann ja sein, du bist dann draußen und musst dann eben deine Mad-Kids nutzen, die vielleicht dann auch rarer sind, um dich hochzuheilen. Sonst musst du eben halb kaputt wieder in dein Raid gehen oder wie auch immer. Und ansonsten... Ja, oder du musst halt, was ich noch eventuell gedacht habe, wenn du dann zum Beispiel zerschlossen aus dem Raid reingehst, entweder du wartest dann im Hideout quasi in deinem Versteck, bis du wieder gehypt bist von alleine, oder du gehst direkt wieder in den nächsten Raid rein, musst dich da aber auch schon mal wieder hochheilen, weil du noch die Wunden vom vorigen Raid hast. Ja, aber hier steht es jetzt gerade weiter unten. Nur durch kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung durch ZB-Generatoren, eine Wasser-Auffangsystems-Ventilation, ein MET-Block, Nachrichtenzentrum, Heizung, Badezimmer und vieles weitere erhält eure Charaktervorteile wie Off-Rate-Regeneration der Gesundheit, Hydration und Energie. Das Spiel erhält außerdem die Gelegenheit, Medizin und Munition sowie andere Gegenstände herzustellen. Verbesserungen des Nachrichtenzentrums stellen euch mehrere Möglichkeiten, zur Verfügung mit Händlern und SCUFs zusammenzuarbeiten. Es soll ja auch, glaube ich, irgendwann so sein, dass du dann quasi über das Nachrichtenzentrum mit den Händlern kommunizieren kannst. Aber wenn du jetzt mit den Traden oder irgendwas willst, musst du, glaube ich, in einen Raid gehen und die dann irgendwo besuchen. Das hat dich auch mal irgendwo aufgeschnappt. Aber das ist schon alles noch dünn und ich glaube, mehr als 2019, wenn sowas kommen sollte. Ja, also das, sei mal vorsichtig mit so aufgeschnappten Sachen. Da würde ich nicht zu viel... Warten wir uns mal einfach mal ab. Ja, genau, wir warten uns mal ab. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was eure Meinung ist, was da kommt und wie sich das auswirkt. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Visual Enhancement Patch inklusive Unity 2018 Upgrade. Überarbeitung der alten Karten, Überarbeitung der Vegetation, Screenspace-Effekte werden optimiert und überarbeitet allgemeine Optimierung der Grafiken. Generell gute Sachen. Ich hoffe, dass die alten Karten nicht zu sehr überarbeitet werden. Das ist bei mir auch mal so mit so einem lachenden und mit so einem Smiley, mit so einem lachenden und weinenden Smiley kombiniert. Andererseits wäre es cool, wenn dann wirklich doch das Customs, das halt jeder am Anfang gespielt hat und gesuchtet hat ohne Ende, mal cool, wenn sich was verändert. Andererseits ist halt auch mega gut balanciert die Karte und wenn die dann durch da Veränderungen... Wir reden hier aber gerade von Optik, der nicht von der Karte ist. Ah, okay. Wenn es Optik ist, dann ist es auf jeden Fall eine feine Sache. Ich habe jetzt gedacht, da kommen dann auch wieder irgendwelche Gänge oder Bereiche dazu. Nein, nein, da wird einfach die alte Karte von der Grafik-Engine aktualisiert. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Neue Karten-Updates, voraussichtlich als nächstes die Military Base. Okay, können wir auf jeden Fall mal gespannt drauf sein. Funktionierende stationäre Waffen. Klingt erstmal richtig böse. Wenn er so ein... Weiß ich nicht, was steht da rum in Russland? So Haubitzen. Keine Ahnung, warten wir mal ab, wie es sich auswirkt. Und ja, ich meine, das sind ja dann bekannte Stationen wahrscheinlich, wo dann halt auch irgendwo wahrscheinlich ein Sniper dann im Gebüsch liegt und warten wir mal ab, wie es sich das... Ja, ich hätte mal, das wird nicht... Nicht, nicht völlig... Also stelle ich mir nicht vor, dass das dann total OP ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Weil, wie du sagst, das sind späste Stationen, wo man wahrscheinlich sich natürlich entsprechend leicht auf die Lauer legen kann, wenn da einer kommt und meint, er wäre jetzt hier der Chef am fetten MG und einfach weggesnipert wird, ist halt dann doch auch ein sehr, sehr hohes Risiko. Könnte natürlich aber auch, wenn es Leute natürlich, wie die Spieler halt so sind, das perfektionieren, mit mehreren Manns-Protts doch, denke ich mal, ganz schön mächtig sein. Aber ja, gut, dann hast du halt in einem Out und bringt dir halt erstmal so weit auch nichts. Ja, man wird das sehen. Das muss man sich alles vorstellen. Wo machen wir jetzt? Jede... Also neues Boss-Update. Jede Karte wird einen Boss erhalten, manchmal sogar zwei. Der nächste Boss wird voraussichtlich der Anführer der Skaffs in den Wäldern, Koyani, sein, welches ihr bereits auf Skaff-Artworks sehen konntet. Neue PvE-Fraktionen, UN-Truppen, Kultisten, Boss, Leibwächter und weitere. Neue... Also, dass jetzt auf jeder Map ein Boss ist, finde ich eigentlich nicht schlecht. Ist eine Herausforderung. Man kann dann sagen, okay, da geht die Action ab, da geht man nicht hin oder da geht die Action ab, da will ich hin. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ist natürlich auch, was ich jetzt finde, ist, wenn du natürlich mega OP, quip bist und gut bist, kannst du dich da natürlich noch viel fetter machen und wie auch immer. Was ich mega feiere, sind neue PvE-Fraktionen, so UN-Truppen, Kultisten, Boss-Leibwächter und irgendwas, also gerade so Kultisten oder UN-Truppen, die dann durch die Map-Streifen quasi als so kleine Herausforderung, finde ich eigentlich mega gut. Ich finde generell PvE-Elemente reinzubringen, ist gut für das Spiel. Aber natürlich muss man abwarten, wie OP oder wie das Ganze dann wieder läuft. Ja, ist halt wieder eine Balancing-Sache, aber das ist... Bin mal gespannt drauf. Updates bezüglich der Einführung von Storyline-Quests. Diese werden Licht ins Dunkle bezüglich der Ereignisse in Tarkov bringen und euch in die Geschichte einführen. Finde ich gut. Da ist mega, mega Luft nach oben bei den Quests. Also da können die sich ruhig mal richtig noch was einfallen lassen, um da wirklich noch die Langzeit-Motivation mit hochzubringen mit so einem Story-Mode. Andererseits musst du natürlich überlegen, wie wird es irgendwann sein? Gibt es da noch Vibes? Musst du dann wieder von vorne anfangen, alle die Geschichte komplett nochmal durchspielen? Ähm, ja. Müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Aber meiner Meinung nach muss man von diesen Vibes zumindest, soweit es in irgendeiner Form möglich ist, wegkommen. Weil dieses von vorne anfangen, vor allem in der Regelmäßigkeit, wie es jetzt noch betrieben wird, ist ein absolutes Unding. Ja gut, jetzt ist es halt noch wahrscheinlich teilweise nötig zu einem von den Patch-Aufspielungen und zum anderen sage ich dir ganz ehrlich, das Spiel wäre schon längst tot, wenn es keine Vibes geben würde. Weil einfach derzeit noch keine Langzeit-Motivation da ist. Aber natürlich muss das Spiel irgendwo hin, wo nicht jede drei Monate blöd gesagt ein Vibe kommt, als nötig ist. Da muss man auf jeden Fall weg. Aber wenn du sagst, das Spiel wäre schon längst tot, aber andersrum muss man natürlich auch sehen, viele haben es eben deswegen liegen lassen, weil sie keinen Bock haben, die Scheiße zum sechsten Mal zu machen. Ja, oder weil sie halt schon alles haben. Und dann, keine Ahnung. Ja, aber es wird halt langweilig. Wenn halt Leute, das, was wir halt spielen, als Casual-Player, sage ich jetzt mal, wenn dann halt Leute 24-7 das Game zocken, dann sind die halt in der Woche durch. Derzeit. Das sind auch manche zuerst, die dann nach dem Wald wieder schreien. Ja, als so. Meiner Meinung nach dann einfach ihren Charakter resetten und fertig. Und Leute wie uns, sage ich mal, die sich da ein bisschen schwerer tun, sich hochzuleveln, auch vielleicht natürlich geschuldet an der Zeit, die manche reinstecken können, wir können es nicht, zum Beispiel. Natürlich auch geschuldet vielleicht, dass man auch vielleicht nicht der beste Spieler in dem Spiel ist und halt nicht durchradiert wie blöd und in jedem Raid mit 10.000 XP rausgeht. Das sind halt alle so Sachen. Ja, ist halt Druckschluss. Bei so einem Game ist es immer so, als Casual-Player, wenn du nicht wirklich am Spiel aktiv bist, das merkst du bei allen anderen Competitive Games auch, wenn du da nicht am Ball bleibst, bist du schlechter. Das ist einfach Fakt. Gehen wir weiter. Weitere interessante Features in den nächsten Updates, Metrik-Grafiken im Flohmarkt, die Einführung korrekt der dynamischen Preise, Item Global Pool, Introducing, Tradition, Verbesserung der Offline-Modus, Kino-Modus, Kino-Modus? Kann ich mir das vorstellen. Also kann man anderen beim Raid zuschauen. Coop-PVE-Modus ist mega, feiere ich eigentlich. Also das man einfach mal mit den Mates mal durchgehen kann und ein bisschen üben kann, so das Team-Play und eben auch mit den Scavs klarkommen. Änderungen im Inventar-System, Auto-Sorting, Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, tägliche Aufgaben. Tägliche Aufgaben ist mit Sicherheit, das hast du ja schon vorher gesagt, ein mega gutes Ding, um einfach die Leute am Ball zu halten. Wenn da wirklich gute tägliche Aufgaben sind, so bringen wir das. Oder das darf natürlich nicht ausarten. Und das, ich weiß nicht, wenn du dann suche das und du kaufst dir das zehnmal im Markt und hast es erledigt, weil du eh, keine Ahnung, 20 Milliarden Rubel hast und alles 20.000 Mal hast, dann ist es fraglich. Aber an sich auf jeden Fall eine fette Sache, so durch die Leute am Ball zu halten, eben einfach täglich einzulocken. Muss natürlich auch irgendwie entsprechend eine Belohnung sein, die dich auch lockt. Also es darf dann halt nicht sein, du kriegst jetzt einen Painkiller oder was das ist. Kompasse und Ferngläser ist in meinen Augen extrem wichtig und hätte auch schon viel früher da sein sollen, gerade ein Kompass eben. Ja, auf jeden Fall gut, dass es kommt. Minen und Stolper fallen, bin ich immer extrem skeptisch in dem Game. jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, warum? Weil du irgendwo lang gehst und musst noch mehr drauf achten, dass du nicht noch in die Mine oder in die Stolperfalle reinläufst. Neue Waffenmechaniken und Möglichkeiten, euren Charakter zu steuern. Ja, okay, müssen wir mal abwarten, was kommt und vieles weitere natürlich. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Plan für 2019 für alle Tarkov-Fans mit Sicherheit richtig nice und ihr könnt natürlich auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was euch wichtig ist, was ihr feiert oder was wir falsch gesagt haben oder wie auch immer, gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann sage ich viel Spaß bei der Jagd und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.